Hallo und herzlich Willkommen zurück hier in The Divisions. Wir sind ja da wo wir gerade gestorben sind. Hinten ist der Typ. Noch einer und diesmal kriege ich es aber auch hin. Ich nehme ihn mal hier hin. Ich nehme ihn mal hier hin. Ja, super. Ich stelle mich hier hin. So. Der haut ganz schnell rein. Ich muss ihn erledigen. Der haut ganz schnell rein, der Typ. Aber ein bisschen mit Deckung. Das ist doch schon mal sehr schön. Hier sind wir gestorben vorhin. Der ist einfach nichts. Der ist einfach nichts. Doch hier ist was. Virusforschung. Hier ist ein Handy. Oho. Das hier. Willkommen beim Kundendienst von Pricer House. Aufgrund der jüngsten Ereignisse sind unsere Filialen im Großraum New York bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und werden Ihnen schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Machen wir mal in der Zieloptik drauf. Oho. Oder auch nicht, weil es hat nicht mehr resoniert. Warnung. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Okay. Warnung. Alarm. Kontaminations-Scan eingeleitet. Hier sollen wir irgendwelche Sachen scannen. Bevor die Zeit abläuft. Wollen wir jetzt alles mit und gucken uns alles später mal an. Nichts mehr. So. Nächste Etage. Fünf Minuten Zeit haben wir aber. Und hier müssen wir alles aufmachen. Die ist richtig fertig. Wasser. Hier gibts ne Kiste. So. Wollen wir mal eine blaue Sache bekommen. Wollen wir auch mal ausrüsten. So. Und nächste Etage. So. Und hier. Nochmal. Komm. Eine Kiste. Pistole. Ah, hier ist noch ein nächster Scanner. Alarm, Kataminations-Scan eingeleitet. Feiner Problem noch. Ah, 3 Minuten 40 Zeit. Und hier ist der Scanner. 3 Minuten haben wir noch Zeit. Die Stadt geht vor die Hunde. Ok, nehmen wir was wir brauchen und hauen ab. Oh ja, ich bin bereit. So, das waren auch diese Knalltüten. Kontaminations-Scan abgeschlossen. Daten auf JTFs rübergeladen. Zahnflügel. Aha. Ok. Hier haben wir noch eine Kiste. Auch mit blauen Sachen. Das Ende haben wir jetzt aber doppelt. Jetzt können wir uns aber die Zeit nehmen. Kommen wir mal rein. Hier haben wir mehr Rüstung. Auf jeden Fall das. Ist auch schon angewählt. Hier haben wir angewählt. Auf jeden Fall das hier. Ja, wir müssen mehr leben, aber viel weniger Rüstung. Macht weniger Schaden. Die macht mehr Schaden. In der T-Version M9. P4. Ich möchte gerne das aufbauen. Jetzt möchte ich das mal ganz verlegen. Noch ein Teil, wo man das bringt. Jetzt können wir den Schau-Dämpfer aufbauen und jetzt können wir hier auch noch mal eben gut weniger Schaden pro Sekunde und behalten sie mal hin, er macht aber mehr Schaden generell. Nicht so eine gute Präzision hat, nicht nur eine gute Reichweite. Ich mach mich mal, ich mach mich mal. Vielleicht kann ich ja nicht runterspringen, vielleicht kann ich ja nicht runterspringen, hallo, hm, so, so, wo sind wir denn jetzt hier? Der Sterbeort, ich darf das abwählen, abfüllen, dahin, nächster Kampf, Bauversuche nach einem neuen Kampf, das ist nicht witzig. Nee, das ist nicht witzig. Wird ein bisschen nebliger, es schneit. Bitteschön. Bitteschön. Signalfolgung, Analyse beendet, lade Koordinaten hoch. Warnung, Feindkraft in Ehrensicht. Das war fantastisch. Sieht nix. Ziele ist sicher, keine Gegner mehr entdeckt. So, wir sind hier. Wir sind fest, wo bleibt die Verstärkung? Ich habe einfach keine Leute. Wir haben Verwundete, wir haben Deserteure. Es gibt... Es wird... Stufe 9. Ah, wir werden jetzt mal eben... Mehrere Feinde in Ehrensicht! Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Und wie wir unsere Basiszunk erobern. Das sehen wir dann auch für ein nächstes Mal. Und dann sage ich... Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht und tschüss!